Irgendwo hier messen wir ein? Bro, warum zum Teufel hat Herr Maas eine Karte in der Hand? Keine Ahnung, vielleicht um zu gucken, wo wir sind. Ja, das weiß ich auch, aber wir sind 10 Minuten zu Fuß von der Schule entfernt, Mann. Wir sind da. Wie, wir sind da? Wo sind wir? Ich stehe neben einem Bomberstrau. Genau hier, genau auf diesem Fleck. Vor 700 Jahren haben die Ritter gestanden. Ja, glaubst du, der meint das wirklich ernst? Ich weiß ja nicht. Ich hab absolut keine Ahnung, Mann, woher der das auch wissen will. Quelle, vertrau mir, Bruder, oder was? Nee, nicht Quelle, vertrau mir, Bruder. Wie ihr wisst, hab ich Geschichte studiert. Hast du gehört, Bruder? Der hat Geschichte studiert. Und zwar vor 700 Jahren wahrscheinlich mit den Rittern zusammen. Max, was hast du da gerade gesagt? Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Ich? Ich hab gar nichts gesagt. Aber gibt's hier sonst noch irgendwas Spannendes zu sehen? Weil die Ritter scheinen ja nicht mehr hier zu sein.